hallo und herzlich willkommen zurück zu sweet transit willkommen zurück in unsere kleinen wunderbaren eisenbahnwelt die immer weiter wächst und immer chaotischer wird dann lasst uns mal gucken wir hatten ja überlegt in der letzten folge sagt man schnell eine eigene route zumindest eine eigene gleisführung für die kohle zu bauen weil ja hier mittlerweile schneller leer ist als voll ist was wir natürlich noch machen könnten wir könnten die hier einfach mal erweitern da komme ich nicht hin aber da war noch da sind noch vier da wäre noch eine die kommen aber auch nicht hinterher die kommen nicht hinterher den bahnhof den bahnhof müssten wir hier mal erweitern was bist du du bist kohle schmelze und du bist kohle lager guck mal wie viele züge hast du drei nur nur habe ich sonst noch eventuell hier ich könnte von panama city aus hier in kohle bergwerk hin bauen und dann hier noch ein bahnhof hinknallen nur für kohle könnte dann gleichzeitig eine route bauen die panama city füttert mit kohle und ein bahnhof hier unten hin bauen für die kohle ich glaube das wäre auch so der sinnvollste weg ne da fehlen leute das heißt hier müsste ich sowieso noch erweitern so da passt auch noch einer rein hier würde auch noch passen die ecke wie weit komme ich denn da bitte wie weit komme ich denn da zwei vier sechs so alter da habe ich noch platz ohne ende in panama da haben wir noch platz ohne ende habe ich hier oben natürlich nicht natürlich nicht da hätte ich noch aber der weg darunter wäre auch ziemlich weit da wäre der eigentlich schon perfekt dann müsste ich den eventuell erweitern dann müssten wir den erweitern wie weit komme ich wo ist grenze da ist die grenze das heißt wobei ich könnte den auch noch hier drauf laufen lassen das würde auch noch gehen dann da zurück wo muss ich denn da muss ich hin da müsste ich hin kriege ich da irgendwie einen verteiler eingesetzt kleines lager darf dass man verteilen es muss nur die straße drin sein wenn ich den da komme ich dann nicht mehr hin schade aber ich hätte acht stück ich hätte acht stück und so wenn ich da dann einlagen einbahnhof hin baue und hier unten bei hier unten wird schon wieder kritisch ne das wird schon ach guck mal da habe ich sogar auch noch einen da hätte ich sogar auch noch eine dann könnte ich da einen bahnhof der nach panama geht hier wird schon einen bahnhof reinbauen der ins lager geht der werf würde da auch anschließen ne lasse ich mal gucken wie weit komme ich da dann müsste ich den einen höher machen ne ich müsste den einen höher machen damit ich den also eine kranke scheiße hier so aber ich hätte auch einen kopf bahnhof bauen können nicht hier das hätte ja auch funktioniert lasse ich mal überlegen wir reißen den ganzen scheiße noch mal ab dann gehe ich nämlich darum so wenn ich jetzt hingehe hier einen bahnhof rein stelle ist ja egal wo ich das gebäude hinsetzen ist ja angeschlossen aber ist ziemlich klein und ich überlege dass die loks dann alle schon weg sind funktioniert nicht da war das funktioniert nicht das ist ja gut blöd hier ne dann liegen aber auch ziemlich scheiße hier alle ne muss ich ja mal sagen wenn ich den da hin baue habe ich die beiden drin so dafür wenn dratt ein wird verlieren ein würdig verlieren aber ich hätte auch mehr platz würde ich so nicht behaupten ich hätte anders platz aber nicht mehr platzen das ist ja so kacke ist das wie weit gehst du da ist ende da ist die grenze das heißt eventueller weise müsste ich den zwei runter damit der zwei hier unten raus geht dann werde ich hier wenn ich dann da den bahnhof hin das geht noch ne wenn ich den so lass uns gucken dann kann ich stehen dahin setzen dann ist der angeschlossen der wird auch angeschlossen da komme ich auch dran 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 so wenn ich jetzt den bahnhof ne der muss einen muss da drin sein ne glaube ich war das oder gehen auch zwei dass ich den komplett muss sagen wir gucken wir gucken wir gucken wir testen das geht oh das würde auch gehen das würde auch gehen so dann hätte ich da schon mal mehr platz so das geht nicht okay dann müsste ich den dann da macht man das anders dann machen wir das anders was ist denn wenn wir hingehen oder kostet zu viel 1 2 3 4 5 und so hätte ich dann 2 4 6 6 zu 5 ok ich hätte eventuellerweise auf pause machen sollen machen wir das so machen wir das so einmal der steht jetzt muss ich hier nur gucken dass ich da irgendwie reinkomme die gehen alle nur ins lager jetzt muss ich nur gucken dass ich da irgendwie da rein kommen sie ist genau das ich werde ich da gar nicht hinkriegen das heißt ich müsste den ein abreißen damit ich dann da das funktioniert das funktioniert das funktioniert wo muss ich hin ich müsste dann von hier aus ne ne stimmt gar nicht stimmt gar nicht stimmt ja gar nicht ich muss den ja nur da hinkriegen das heißt du fährst rein das heißt du musst da lass mich mal eben gucken du musst nur da rüber ne das heißt wenn ich den hier trenne da rüber ziehe das ist die frage nur wie weit ne ich mach jetzt erstmal da das sieht gut aus das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus so dann habe ich den da schon mal getrennt und ich müsste den hier eigentlich drauf packen das stimmt gar nicht das stimmt gar nicht aber das stimmt gar nicht ich muss ja dahin hierhin muss ich da ist das lager dann ist das lager dann muss ich ja dann muss ich ich muss ja irgendwie dran kommen ich muss ja hier hin die kommen aber auch nicht mehr hinterher die kommen nicht mehr hinterher oder ich baue hier noch einen eigenen bahnhof finden ich glaube es wäre auch noch eine möglichkeit und eventueller weise wie gehe ich dann irgendwie hin dass ich die rote dann hier zwischen irgendwie rein lege dass der damit komplett darüber geht hier deshalb die frage dann da muss ich hin wenn ich hier den bahnhof in klatschen dann schießt man da das passt alter das ist ja das ist natürlich genial ich kann ja hingehen und auf beiden wenn ich den hier kopflastig mache also wieso ist mir das ja nicht vorher aufgefallen ich kann ja zwölf gleise dranhauen ja der kranke scheiße alter was für eine kranke scheiße das wird ein monster bahnhof das wird ein monster das wird ja so krank bau mal da noch ein paar kohlebunker zwischen lange halb fünf stimmt ne 1 2 3 4 5 4 dann geht da die komplette kohle rein dann müssen wir da irgendwie hinkommen irgendwie müssen wieder darüber kommen damit wir da die komplette kohle füttern können damit die ein komplettes gleis für sich haben es ist nur die frage wie die frage wie kommen wir darüber wie kommen wir darüber ohne alles abreißen zu müssen umbauen zu müssen oder sonst dergleichen und vor allem wie kommen wir wieder raus raus käme ich käme ich zu nur da auf dem gleis entstehen und von da aus dann wieder hier direkt raus gehe das würde gehen ja das würde gehen wobei ich könnte die auch ändern ist nur das stück dann hier was die sich teilen würden dann käme ich hier wieder raus und könnte von da aus da hoch gehen da 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 das das gleis wobei holz geht auch darunter das heißt ich müsste das gleich hier schon trennen rüber führen hier entlang da könnte ich durch das würde auch noch gehen ich müsste die brücke nur verlängern die müsste ich auch verlängern damit die dadurch kommen den könnte ich nach da legen damit die mit zwei gleisen hier rein schöparen können das ist nie der problem die ich wollte mal auch auslegen bagdad schmelze damit du ganz lang fährst du kommst von da das heißt dich müsste ich hier rüber legen damit du hier runter gehst was hatte ich gesagt wir wollen hier durch will ich ne ich will hier durch damit ich da reinkomme da rein darüber damit ich auf das gleis da komme das würde wieder kranker bau das wird wieder so ein kranker bau du da kriege ich keins hin weil das signal ist wenn ich dich raus nehme und dann die brücke hinsetze das würde gehen kann ich auch hingehen und hier aus darüber gehen geht das geht das geht das geht das geht das müsste man jetzt gucken wenn man stein hätte oder ich sag mal so hier rein und dann rüber ob das gehen würde wenn ich dann weiß so und dann hier rüber jeweils damit ich das stück hier komplett frei habe dann könnte ich mich da noch eine brücke reinsetzen das würde ja gehen und mein stein verbrauchte ist im menschen ja der ist im moment ist der ist denn hier dann statt der steht ich glaube ich muss hier noch ein paar gleise hin ballern ich glaube ich muss hier noch ein paar auch mal wirklich steigen wir kriegen stein ist der jetzt angeschlossen kriege ich quenste jetzt der ist angeschlossen der ist da angeschlossen jetzt nicht mehr okay gut zu wissen gut zu wissen dann muss ich da brücke drüber bauen der wird aber auch scheiße kacke 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 tabak kacke 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 jetzt ja ok ok da muss ich dazu erst bauen und dann abreißen gut zu wissen gut zu wissen jetzt nicht okay das heißt die straße muss ich wirklich behalten jetzt nicht okay das heißt die straße muss ich wirklich behalten damit ich dann da ok 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 wir haben jetzt begrenzt du raus das kann dann auch raus zwei gleise gehen da rein so ich bin schon mal da ist müsste ich da irgendwie komplett rüber oder einfach nur hier runter gehen hier runter die brücke verlängert ich weiß ich nicht mehr ach guck mal warum wir die so da bin ich schon mal da kommt die kohle und ich hätte ich stimmt ich habe hier noch ein gleis über und da hat man ein gleis über wo bin ich denn da bin ich kann ich da rein die kann ich auch verlängern die beiden das geht die kann ich auch verlängern so dann komme ich nämlich dadurch von wo kommt denn die kohle bitte von da das heißt ich müsste den weil das da rein da drunter und wenn ich den hier dann komplett daneben raus lege weil er da auch hier wieder zurück geht ne auf dem gleis hier der soll ja hier zurück gehen da rein da rüber da auf dem gleis rein da wieder raus ja das funktioniert aber das meine lieben machen wir alles weitere in der nächsten folge vielen dank fürs dabei sein ich wünsche euch einen angenehmen tag bis zum nächsten mal ja 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 ja